Soll ich die abballern? Keine Ahnung. Ich habe auf jeden Fall drei Sterne. Ich glaube ich muss die nicht abballern, ich muss einfach nur hinterher fahren. Baller trotzdem mal. Also so gut wie es geht, baller die einfach ab, die Alte. Vorsicht, genug kein Kopf. So, ich bin da. Alter, fahr doch mal das Ding hoch. Du siehst doch, dass ich hier rein will. Er fragt mich, was ich will. Was denkst du denn, was ich will? Junge, ich will da durch. Oh Gott. Egal. So. Wir gehen mal zu unserem Kumpel da. Der Typ kommt ja nicht, ne? Der will uns nicht aufs Maul holen. Von dem her ist okay. Der hat noch eine Waffe in der Hand. Ja, moin. So. Oha. Was will der denn? Es ist vorbei, Michael. Du hast den Scheiß so langsam mal laufen gehalten, dass eine faszinierende Versicherung so mehr herausspringt, wenn der Hahn abgedreht wird. Äh. Äh. Er ist weggehalten. Wer ist weggehalten. Der ist weggehalten. Der letzte Dinosaur in der Stadt ist setzendig. Der ist vers Навungszeichen. Was, was du aus? Na, die Film istMatтом. So, wenn die Reihe ist ges旋, so wenn die Euer abgedreht wird, die Investors, meaning uns, gett ein massivant insurance payout. Insofern kann ich das benutzen, um den anderen großen Teilnehmern, oder den alten Idiot-Bastard, zu verabschiedern, um dieses Relic zu verabschiedern, und um mich wiederentwickeln, um die Gebäude für Kondos zu verabschiedern. In dieser Wirtschaft wird die Stadt gebraucht werden. Ich könnte sogar noch ein paar Rebate bekommen. Es ist eine großartige Sache, und es ist alles dankbar zu dir und Molly's Eye für die Details der Regierungsprüfung. Michael! Sie sind uns verabschiedet! Die Schrauben! Und sie haben noch nicht die Schrauben! Ich trage nicht mehr Anzüge! Ähm... Äh, nee? Wieso kann der nichts machen? Oha! Genau! So! Ich nehm gleich die Karre! Döp, 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 döp... Joooaah, oh... Mwula! So, auf zum, auf zum Airport! Diesmal hab ich mir das Ding selber aufgemacht hier! Oh! Das ist ein Ding! Oh! Ich bin Produzentier. Ich produzi die Gutes! Oh! 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 Interessiert mich nicht. Interessiert mich nicht, was der da labert. Fun Time is over? Fun Time is over? Was soll das denn bedeuten? Ist doch irgendwo ein Timer, nicht oder? Oh! Irgendwo fährt der denn lang? Das ist ja komplett der Umweg hier. Da gibt es glaube ich noch einen kürzeren Weg. Naja gut, jetzt sind wir da. Beziehungsweise sind wir gleich da. Sind wir ein bisschen anders gefahren. Normalerweise fahre ich ja immer über die Autobahn. Guck mal! Ah! Da vorne ist sie. Die Helicam. Oh! Nein! 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 Was macht die Polizei schon wieder hier? Ohboy! Okay, alles klar. Uiuiuiui, hier geht's ja richtig ab Alter, Schwele Wo will die denn hin? Soll ich die abballern? Keine Ahnung Ich hab auf jeden Fall drei Sterne Ich glaub ich muss die nicht abballern, ne Ich muss einfach nur hinterherfahren Faller trotzdem mal Also so gut wie es geht Haller die einfach ab, die Alte Vorsicht, nur kein, kein Kopf Uiuiuiuiui Jibbi Junge, da fliegen die Kahn Junge, was hat die vor? Busse Okay Dieser Mann ist ein Mörderer Er will mich töten Das stimmt wohl Wo sind die? Oha Okay Ich hol mir mal schnell den Film Hängen die Cops ab? Wie soll ich denn die abhängen? Soll ich hier wieder raus, wo ich reingekommen bin? Besser ist, ne? Bin einfach mal vorbeigerannt, Alter Weg, 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 weg Wie soll ich denn die abhängen, Alter? Am besten mit nem Hubschrauber oder so Naja Oh nein Die haben jetzt Die haben mir in den Reifen geschossen Die Schweine Oh Das ist jetzt natürlich richtig Richtig blöd Ich könnte Trick 17 benutzen Soll ich Trick 17 benutzen? Trick 17 ist Ähm Wieder in die U-Bahn Alter, ich hab drei Sterne, verdammt Drei Also wir haben zwei Möglichkeiten U-Bahn U-Bahn oder Äh Heli Muss man machen Heli Gucken, ob ich den Heli bekomme Ah, da sind die schon wieder Shit Das muss aber schnell gehen, Freundchen Das muss aber ganz schnell gehen Sei mit dir Komm, mach Heli Mach Heli Komm Komm, 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 komm Zieh hoch So, und Abmarsch Wir machen Heli Und Tschüss So, jetzt müssen wir in Höhe gewinnen Und dann haben wir's eigentlich Weil ich glaub, der ist ein bisschen schneller Als der Heli von denen Ja Vorsicht So, höher, 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 höher Schön an Höhe gewinnen Weil irgendwann sehen sie uns dann auch nicht mehr So, sieht gut aus Sieht gut aus So, wir haben's geschafft Puh Bruder So Bestanden Rechtliche Schwierigkeiten Zeig mal her Okay, Missionszeit hat nicht gepasst Folge hat halt gepasst Sauber entkommen Die Spürnase Was soll denn die Spürnase sein? Drei Sekunden Hä? Null? Naja Egal Fertig So, wir rufen ihn nochmal kurz an hier Hä? So, dass ich weiß, dass du eine Diktation prefer Hä? Wir tun das jetzt? Ich habe nur gesehen, dass Devin Westons Legal Council getjuiced in einem Jet-Engine Oh, die Molly-Woman? Oh, Gott, das ist schrecklich Du hast keine Ahnung Sie panik, ging crazy und ran into it Aber ich habe die Schrift Also wir haben noch unseren Film Es gibt hunderte Kopien, Alter Ich habe ihn ausgesucht, bevor sie uns wiederholfen Ich habe ein Premier Das wird sie verhörern uns Ein Premier? Für Meltdown? Okay, kannst du mich anrufen? Sie können endlich etwas für mich stolz Natürlich! Es ist schon auf der Weg durch Kurier Okay Okay. Nice. Nice, nice. Jetzt habe ich auch noch Eintrittskarten bekommen für die ganze Familie. Für den Film, den ich gerade gerettet habe. Den ich nicht retten hätte müssen. Weil digital und so. Naja. Alright. Alright.